Ja, genau, das auch. Das ist also halt so der runde Magen und da drin, das Grüne, ist halt dieses Gras, das verdaut ist. Ja, ja, ja. Das ist eine Füllung, das ist gefüllt, drinnen. Ja, ist ja, also die Kuh frisst ja Gras und so der Magen wird dann quasi... Okay, ja, ja. Danke, bitteschön. Also wie mache ich das mit der Patenschaft? Danke. Danke.